Na ihr alten Schlöpferdieben, ich bin es mal wieder mit einem neuen Video. Und zwar schließe ich mal dieses leitige Team, Fußmatten. Ich habe mir ja einen neuen Team gewollt, in dem ich den Fußmatten habe. Ich habe es ein bisschen gegoogelt, aber teilweise kann es ja die Preismitte zahlen. Also 40-50 Euro für Fußmatten ist schon heftig. Ich bin jetzt auf den Stor gestoßen. Hallo Fußmatten, die sind heute gekommen. Gucken wir uns mal an. So. Da sind sie hier. Und was ich richtig geil finde, ist bestickt. Die sind bestickt. Und, haben sogar noch auf der Fahrerseite Halterung. Und die Halterung gibt sie direkt dazu. Sensationell. Für einen absoluten unschlagbaren Preis. Ich glaube ich habe bezahlt mit Versand. Irgendwas um die 35 Euro. Ich gucke da nochmal nach. Ich tue es mal hier unten verlinken. Da könnt ihr mal selber gucken. Aber absolut top. Also Qualität, Preis. Das wissen wir. Genial.